dann machen wir das doch so du den kann okay ja wäre halt ja es ist wahrscheinlich wegen dem event ist das jetzt ein bisschen alles angepasst dreimal es gibt doch irgendwas mit nudeln und pilze bei euch ja pilze gehen bei mir zum beispiel nur frische ich hasse diese labrigen dinger 3 da war also eine von den messer so Ich lade nach. Ich lade nach. Ich lade nach. Ich lade jetzt nach. Was? Ich hab den Bug doch getroffen, warum stoppt der nicht? Ich lade mal eine neue Magazine. Ich lade nach. Hm. Ich lade nach. Dein Team geht in Führung. Die Gegner sind jetzt in Führung. Ah, jetzt. Ich wollte dich holen. Die hat jetzt weggerannt. Boah. Da waren schon wieder zwei von dem. Boah. Die Feind fliegen vor. Ja. Warum werde ich nicht durch euch okay? Ja. 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 Ich wollte zum Messer. Der ist weggerannt. Die Olle. Die hab ich nicht mitgeschnitten. Das ist nicht wahr. Ich verfehle die und die trifft mich. Mann, ich will auch noch mal die Kids mit ein Kill. Ich hab null. Ja, ich hab null Kills, ne? Ich hab null Punkte sogar noch. Ich hab null Kills, ne? Okay, ne? Okay, ich hab derley. Es bleiben noch zwei Minuten. Ich wälzte das Magazin. Guck mal rum. Ich lade nach. Guck mal rum. 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 ja lauf mir hinterher und ich möchte mich klar naja es ist frustrierend wenn du bei dir guckst und null punkte einfach stehen ja die weg wieder wieder was ich hab dich noch getroffen ein kleines teilzimmer reicht hallo ich bin da war die weggewinne ich gemessen habe ja ja gut ich hab halt eine das macht's halt irgendwann auch aus zwei kills am ende noch diese zuviert auf mich zugelaufen habe ich gedacht komm mal holst du dir davon naja alles gut also mein modus ist es nicht weil er zu schnell ist das ist es halt na probier uns ja 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 Untertitelung. BR 2018